Servus und hallo zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Terraria. Diesmal ohne Syltra, der hat einen wichtigen Clan-War. Und ja, wir wollen diesmal anpacken, den Wurm zu töten, den Eater of the Worlds. Dazu müssen wir in die Corruption. Tony, tu mir mal einen Gefallen. Hast du echt keine Spitznacke mit? Nein. Ist halt zu schnell. Das ist eine gute Idee. Danke. Hat jemand Eisen dabei? Heddo? Kannst du mir noch mal eine Kitze geben und machen, Heddo? Ich habe kein Eisen dabei, sorry. Na gut, ich weiß, was ich dabei hatte. Das müssen wir dann einfach wiedergeben, falls ich sterben sollte. Besten Nacht noch einen Screenshot davon. Äh, Tony, bist du nicht schneller, wenn du mit deinen Boots aufs Bieter läufst? Ich habe es Schildkranz gegeben. Das trifft sich natürlich sehr vortrefflich. Schneller, Lukas. Hä? Alter. Warum habt ihr auch hier eine zugebaut? Habt ihr schon alle, also die Arzt habt ihr schon durch, ne? Ja. Oh, da habt ihr ja ganze Arbeit geleistet. Wollen wir den auf den Ding rufen? Auf dem Weg? Au. Das würde ich sagen, oder? Ja, ne? Da können wir am besten kämpfen. Also, wir bauen wir das Haus hier auch auf dem Weg, oder? Uuuu. Äh, wir stellen hier einfach das Bett, wenn es nicht gut ist. Ne, wir brauchen eine Wand. Oh, ja. Ja. Und ne, das muss abgegrenzt sind. Ich würde sagen, wir machen hier so eine Wand. Dann baut da oben was. Okay. Was? Hier gleich? Das ist die, die große sind die Corruption. Ja, na klar. Diese haben alle im Boomerang. Äh, war nicht noch einer dran? Ich bin der Toni. Bist du mein Name, Luca? Ja, und schon haben wir ein Maschummeer. Cool, die Maschums wachsen auch hier. Auf dem Weg. Die... Da haben wir überall, wo Corruption ist. Meint ihr weg? Oh, die Tür auf. Nein. Nein. Ähm, Alex, nehmen wir mal das Bett bitte wegweist. Uh, ein Mini-Eater of the World. Wie kann's nicht? Die bauen grad nämlich ne... ne kleinen Stützpunkt, wo wir spawnen können. Ah, da hört's wieder auf. Müsst alles ihr machen. Ich kann gar nix machen. Ich bin total nützlos gerade. So ein Shiver, bis deine scheiß Spitzhacken und so zu verlieren. Ihr könnt ne Bombe werfen. Nein. Als der Spawn-Unterstütz erstmal für alle den Spawn-Zum. Du vordammt. Ups, das war jetzt überhaupt nicht mit Absicht oder so. Ich hab ja nicht mal Fackeln mit, Alter. Oh mein Gott. Und so bist du vorbereitet, ne? Dummdi-Dum. Wer denkt wieder an alles? Dummdi-Dum. Nimm dein Speichwort. Also, wir wollen wir mal machen. Im Gang drinnen oder hier oben? Äh, eher oben, weil oben kannst du besser ausweichen, glaub ich. Das find ich irgendwie lustig, dass die Slimes hier durchführen. Nein. So, jetzt hier unten mal zu. Bau lieber auf. Auf der anderen Seite. Ja, das ist ja noch. Okay, wir müssen jetzt probieren. Also, Alex, deine Seite bitte. Du hast das oder Lukas, einer von euch. Nein, ich nicht. Oh ja, ich hab das. Arschenteuer nicht. Ey, es wird schon wieder Nacht, oder? Nein, doch nicht. Nein, nein, ist bloß hier ein wenig dunkler. Wir sollten ein bisschen weiter rüber gehen, oder? Okay. Spawn-Point für alle. Weil wenn er rausgeht aus der Corruption. Du müsstest erstmal ein Spawn-Point setzen. Hm. Na hier, so hätt ich jetzt gemacht. Worte mal, ich probier mal aus. Okay, passt. Spawn-Point set. Oh mein Gott, du bist gelungen. Katsching. So, also hier hätt ich jetzt gemacht. Das reicht ja vollkommen. Weiß ich noch. Ich hab keine Erfahrung mit dem... Ja, darfst du dich halt bloß nicht eingreißen. Ich hab voll das Gewitter hier. Also. Du wirst ja erst noch cutten. Oh ja, wär nett schlecht. Nee, von mir aus können wir ja loslegen. Willkommen, Eater of the World. Also, mach den Countdown. Ich mach den Countdown. 99. Oh Gott. 99. Nein. 3, 2, 1. Go, go, go. Wow. Oh. Eater of the World. Ah, toll. Pussy. Wo ist der? Unter uns. Unter uns. Wo ist der? Unter uns. Ah, da kommt er. Da kommt er. Oh Gott. Oh Gott. Das ist böse. Na aber gleich mal. Ah, vielleicht ist Speer besser. Ja, ich krieg recht wenig Schaden glaube ich. Loll, wer denn da? Geht ja gut los. Wäre jemand bloß Pilze dabei? Ich hab da gar nichts dabei. Außer dem Pilz. Achtung. Oh Gott. Nein. Ah. Oh, die Pfeil ist gut. Ah, Mist. Na klar, Mann. Vielleicht ist das schon besser. Hey. Wir hätten Spiky Boys mitnehmen sollen, aber wir haben noch keine Kopfhörer in der Nähe gehabt. Lukas, du verreckst, ne? Tchuuu. Tchuuu. Egal. Der Spawnpunkt ist in der Nähe. Tchuuu. 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 Oh ja. Fernkampfwaffen sind anscheinend gut. Ich bin so unnützlich grad. Ach, ich bin auch nicht so gut. Jeder, jeder Min, Mann. Weißt du, weißt du, Toni? Wir müssen das hier wieder regeln. Ja, die Pillels. Die Pee-Brothers. Die Pee-Brothers, genau. Das ist gut, das ist gut, Alex. Das merkt man uns. Der Spitznam hat uns ja mal das Shadow-Game. Kommt das Kackt-Ding mal hoch. Das ist aber super Pee-Brothers. Na komm, wann kommt er denn? Na, ist er da. Oh, shit. Oh nein, er wurde geteilt. Mit der Granate. Mit der Granate. Shadowscale. Ja, einen hab ich verschossen. Jetzt haben wir zwei, oh nee. Auf den Kopf schlagen, ne? Auf deinen Kopf, okay. Ich schlag auf deinen Kopf. Auf den Kopf von der Kiese schlagen. Hat eine Schutzbrille. Okay. Baut mal runter, dass wir unten in den Gang kommen. Ich glaub, dann kommt er eher ran. Fresh. Boah. Äh, ja. Oh, lol. Oh, aua. Aua. Okay, meine Pfeile fliegen überhaupt nie weit. Vielleicht für den nächsten... Ah, da ist noch einer. Nice. Hab schon Dämonit und ne Shadowscale. Ich auch. Me too. Trink mal nen Hunter Potion. Ähm, mehr Schaden bei Verkampf. Ach, diese Ratte. Muss sie sich einfach aufteilen. Aber so, können wir eigentlich auch nicht sterben, wenn der nur... Schub. Oh, der war. Das erste Ding. Sag mal, Tony verlierst du überhaupt Schaden? Krieg keinen Schaden, ne? Erwischt mich dann nicht. Alex, ich hab das gemacht, was du nur gesagt hast. Wir sollten echt den Gang irgendwie ein wenig weiter unten machen. Nein, nein, Alex. Das hab ich nicht gemacht. Macht mal einer. Oder mehr Plattform... Nee, beim nächsten Kampf, würd ich sagen. Mehr... Mehr... Ja, guck mal, da kommt dann gleich viel höher. Ebenen für den Kampf. Autsch. Ja, stimmt. Soll ich mal hier noch einmal? Dann fick dich. Warte, ich hab ne Idee. Und jetzt kommt doch... Und auch nicht. Kommt mal her zu mir. Verdammt, ist er noch lang. Wenn er Gebiet hat, wo er sich reinbaut, kommt er eher. Auf den Oche. Gute Idee, Alex. Drauf! Äh, okay. Und wieder zum Berg. Ja, ja. Also müssen wir doch eine untere Ebene bauen. Ja, also... Nee, der braucht bloß irgendwas, wo er sich reingraben kann. Dann kommt er viel eher. Aber ich würde am liebsten... Will nicht jemand dort unten aufmachen und einfach mal ne Granate reinwerben? Boah! Stirb! Oh Gott, oh Gott. Ich schlag schon eine dicke lange Wurst. Oh Gott. Oh Gott. Wer braucht? Das holt noch mal so. Und ich glaub, der Ding macht Löscher. Nee, das war ich. Warte mal zu. Oh Gott. Bum 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 bum. Nein! Zum Berg. Ohohoho. Auf ihn mit Gebäude. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Jetzt ist er geteilt. Hä? Da liegen drei Silbermünzen, die ich nicht aufhängen kann. Jetzt haben wir ihn jetzt haben wir ihn jetzt haben wir ihn jetzt haben. Jetzt fahren wir ihn ab. Nein 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 nein. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich will hier hoch! Ich bin hier drin! Ich bin hier raus! Ich bin hier. Ich bin hier drin! Ich bin hier drin! Ach, da kommt er wieder. Oder ein Teil. Warte, Lukas, warte. Hattest du ne Waffe mit? Hä? Okay, die hab ich nicht, die Waffe. Hab ich was aufgenommen? Ich hab bloß Kupferstoff. Oh, ich hab die Waffe aufgenommen. Alles liegt dort unten, was ich aufgehoben hab. Und ich bin hier oben. Hast du die Kupferrüstung gekriegt, Lukas? Ich hab hier ne... Hey, Lukas, ich hab dein Schwert. Lukas, hast du die Kupferrüstung gekriegt? Ich wurde auf den Desktop geschmissen. Alex hat die Beine. Spuck, hier, Schwert. Hab ich noch irgendwas? Habe ich das schon mal gesagt? No, 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 no. Deiner müsste noch ne Shackle haben. Shackle? Ja, ja. Zwei Schuriken. Ich hab immer... Aber gut. Torbos, ausgelastet. Fick dich. Hä? Du bist... Ah, Tony, den Stoff. Oh ja, tatsächlich. Was? Was laberst du? Nee, bei mir kam kurz ne Meldung. Torbos, ausgelastet. Der hat so viele Eater-Vert. Tötet ihn. Krass, 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 krass. Chop, 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 chop. Chop, schui. Mein Leben. Haha. Scheiße, das war deine. Boah. Ach komm, der ist ein bisschen noch hier. Er kommt mal hier wieder zum Berg. Komm her. Wo ist er denn? Da, da. Jetzt noch. Von oben. Ja. Von unten. Aua, 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 aua. Jetzt ist er. Nein! Fehlt noch ein Stück. Oh Gott. Lame. Ach, schade, ich hab keine Spitzhacke mit. Ich hab eine dabei. Soll ich mal aufmachen? Okay, ja, bei. Nein. Ah. Das ist doch bloß nur noch ein Kopfteil. Und der Schwanz. Er kommt. Juhu. Nice. Hauen wir auf. Juhu. Oh, toll, der Blood Moon kommt. Der Blood Moon. Ah, das hat jetzt so. Ja. Perfektes Timing, sagst du da nur? Das ist doch offen. Wer da, Lukas? Ja, ich muss weiter aufbauen. Ähm, könnt ihr mir mal einen Gefallen tun? Ne, Lukas und ich gehen zurück, bauen die Türen zu und kommen wieder zu euch. Ne, wartet mal, ähm, lass, lass, ich mach das. Bleibt hier, kommt mal zurück, kommt mal zurück. Ihr müsst hier mal... Kommt mal hoch, und zwar gibt's da einen kleinen Trick. Was ist denn? Einen kleinen Trick? Und zwar, komm mal hoch. Ja, bauen wir hier unten auf. Warte, komm einfach hoch. Lästig. Ordentlich demonet. Okay, und jetzt, und zwar, Lukas, baue mal, ich baue mal hier einen Block ab, ne? Lass, lass den mal weg. Lass den mal kurz weg. Was ist denn hier los? Ach, Leute, hier ist noch. So, das hast du gemacht. Wartet mal, lass, lass, lass mal kurz, und zwar, da die Türen zu bauen, ne? Ja. Ja, mache ich kurz. So, kannst du gleich mal Stimmonit ablegen? Ja, das ist eine gute Idee. Habt ihr noch mehr, um noch einen zu holen? Dex die Gemeinschaftstiste. Nein, 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 nein. Ja, aber wir müssen auf Tony warten. Blocken Chunk. Oh, ich hab Haufen Morten Chunks bekommen, lol. What the fuck? Okay, macht mal den Block wieder hin. Warte. Okay. Ach, verdammt. Da kann man auch gut Pilze farmen auf der Ebene. Ach, es kommen die ganzen Zombies hier. Naja, der Blood Moon is rising. Na, ich würde gerne hier unten, ich würde gerne, ich würde hier unten noch zubauen, dass nie mitten im Kampf irgendwelche Zombies kommen. Na, im Kampf, Syltra doch behauptet, dass im Kampf weniger spawnen, also die Spawner hat da rundherum gesetzt ist. Ja, ja, normalerweise, aber jetzt ist ja Blood Moon noch. Ja, aber gut. Ja, komm, wir machen den auf und gehen mal da rein, da unten hier. Ja, genau, hier soll dann ein Krater fallen, ne? Kannst du doch ganz anders machen, oder? Komm, noch einen Block aufmachen. Nein, Mann, nein, Mann, nein, Mann, dann mach dir unten, mach dir unten mal auf, unter mir. Lass die Dinger reinkommen. Leute, wo kommt das Auge? Oh Gott. Oh Gott. Ich hab nur noch worten Chancen, ne? Ja, hab ich keine Ahnung, warte mal. Baut mal noch einen Block ab. Das haben die gedruckt. Noch einen. Loll, dann. Toni, geh mal weg da. Okay, das haben sie bei euch, Agro. Ihr müsst jetzt rüber zu mir kommen, wenn ihr da weggeht. Und hoch. Oh Gott. Oh Gott. Ne. Alex, Alex, alles gut. Also wenn ich nix dagegen hab, würd ich jetzt erstmal gerne noch Leben rechnen. Du musst jetzt immer bitte so zubauen. Ich hab nix zum 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 zubauen. Vielen Dank.